Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zu... Bläh, 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 hört man mich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz, wie laut mein Mikrofon ist. Oh, das ist ja ganz schön leise. So, ich glaube, jetzt müsste man mich besser hören. Ja, eindeutig hat man mich jetzt besser. Gut, äh, nochmal. Hier ist euer Keanu zurück mit Let's Play Mario Galaxy. Ja, wir sind jetzt immer noch hier auf diesen Eisberg-Dingens, gedöhnt sie. Und ich muss eine Mitteilung machen. Ich hab's geschafft, diesen einen Geheimstern zu finden. Ja, in der Geister-Dingens-Gedöns-Galaxie habe ich den Geheimstern gefunden. Woher ist das, verrate ich dann? Nein, nein, nicht wieder damit anfangen. Mario. So, hör auf damit. Das ist nicht lustig. Jetzt bist du dann halt auch tot. Ich wollte dich mit so aufheben. Für den Fall, dass ich nochmal da rein donner. Aber, nö. Ungefähr so. So, da hab ich's ja einigermaßen überlebt. Es ist noch ganz schön früh. Ich bin noch nicht wach. Ich bin gerade eben alles aufgewacht. Ja. So. Wieso hab ich das nicht von Anfang an so gemacht? Naja. Okay, dieses Teil. Ich logge es mir mal hier hin. Dann kann ich so machen. Oh, Batsch! Tot. So, was hast du? Oh, okay. So, nee. Da kam also keine. So, dann geht's hier drauf. Oh, oh. Runter, runter, runter. Hier, hier. Danke. Ah, ah. Nein. Nein. Oh, okay. Ja, dann. Ja, dann. Ja, komm her. Komm, pot, 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 pot. Danke. So, jetzt hier. Ah, hier. So, nun. Hui. Oh, nein. Nein. Das ist übel. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Und das ist gemein. Ich muss schnell da hoch. Dann. Okay, da, wo wir jetzt extra leben, komme ich da dran. Ja, komme ich. Gut. Das heißt, man muss direkt so. Ja, das war doch mal. Na toll. Das haut mir die ganze Zeit jetzt wieder weg, ey. So, Beeilung. Ach, das würde doch wieder nichts, ey. Ach, das ist doch so schlecht getimt hier. Äh, so. Ach, das ist ganz schön anstrengend, wenn man gerade erst aufgestanden ist und dann schon das ist so schlecht. Ja, es ist Sonntag und ich konnte nicht mehr schlafen. Ey, schon wieder. Das nächste Mal zeige ich das ein bisschen besser. Ja, jetzt kann ich es eh vergessen. Und ich kann es wieder vergessen. Ach, wie dauert das denn so lang? So, ich nehme es noch nicht. Ich warte jetzt einfach noch mal. So, ich schätze mal, dass es jetzt... Okay. Ja, komm. Ja, das war wunderbar. So. Was ist er denn für einer? Er ist aber ein ganz kranker. So, jetzt verraten. Moment. Komm ich drauf? Komm ich drauf? Komm ich drauf? Ja, ich komm drauf. Okay. Ich weiß, was ich machen muss. Okay. Er ist nicht ganz so durchsichtig im ersten Moment. Und das ist eiskalt. Das ist eiskalt. Und ich bin dank dem Eisblock eingefroren. Wunderbar. So. Komm mal, komm mal hier drauf. Der versucht mich jetzt mal zu treffen, Idiot. Bleib hängen! So. Wie oft muss ich das noch machen? Ach, nein! Nein! So. Wenigstens hatte ich jetzt gerade wieder volle Energie. Oh, das hat sich jetzt aber irgendwie gezogen. Ich meine ganzen Fails. Oh, jetzt habe ich die Sternteile kaputt gemacht. War es jämmerlich. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den Geheimstern in den Geisterboost. Schloss gedünnt. Teilchen da. Meine Güte. Ich habe mich wirklich dämlich angestellt. So. Und wie immer speichern wir natürlich. Denn speichern ist gut. Und speichern macht Spaß. Denn speichern speichert unsere Sterne. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ah, das Schlafzimmer. Ja, sehr schön. Wir wollen aber zu... Buuu. Na, zoll. Wieso habe ich denn da losgelassen? Egal. Ist ja auch unwichtig. Juhu. Und weiter. Dippel, 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 dippel. Ah, bumm. Ich muss mich an. Ich mache den Risiko-Kometen. Ansonst ist der weg. Wieder eine Komete. Damals. Na gut. Ich kann... Ich komme auch auf gar keinen anderen Kometen. Welt ein Schott. Welchen bisschen war das nochmal? Ich habe es vergessen. Ach, das war die. Ach, den Endboss. Mit nur... Oh. 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 Okay. Das wird spannend. Weil das ein längerer Endboss war. Er hatte ja zwei Phasen. Oh, das kann jetzt übel werden. Das kann jetzt wirklich übel werden. Jetzt muss ich genau aufpassen und richtig sicher spielen. Wie war das noch? Wie war das noch? Mit sicher? Na, so wahrscheinlich nicht. Wenn ich das oft genug mache, dann kriege ich irgendwann 50 Rub... Rubine, jo. 50 Sternteile zusammen. Verdammt, das kann ich nicht überspringen. Ich will aber... Du darfst aber nicht. Oh, come on. Oh, Zweischmatte. Oh, das war jetzt... wieder scheiße. Boah. Ey, das ist schon wieder viel zu knapp, ey. Was ich hier mache. Ja! Ja, genau. Der Geist wusste auch genau, wo ich hinlaufe. Auf zum dritten Versuch. Ah. Wenn das tatsächlich zu lange dauert, wenn ich es beim fünften Versuch noch nicht geschafft habe, dann cutte ich diese Stelle. Dann cutte ich einfach... ...bis der Sterne ist. Weil ich will euch nicht zu viel, äh... ...mischmasch zeigen. Das wird dann irgendwas langweilig. ...wahrt. Jo, voll abgewehrt. Na komm. ...bott, bott, 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 bott. Schmeiß deine Steine an mich. Gegen mich. Irgendwo hin Das war scheiße Ich kann nicht mehr weit ausweichen Doch wenn ich es schaffe, hier dran vorbeizulaufen Oh, sie explodieren nach einer Zeit Gut zu wissen So, das Ganze jetzt nochmal Und jetzt wird es schwerer Viel schwerer Ich muss jetzt auch auf die Hände aufpassen Ah, wunderbar So Komm, 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 komm Wenigstens ist einer durchgekommen Ich weiß jetzt nicht, was passiert Weil einer uns zerstört ist Ich hoffe, der macht jetzt nichts Böses Doch er holt sich seine Hand wieder irgendwann Boah, das ist so übel gerade Komm, 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 komm Nein Oh, oh, oh Wie soll ich denn hier Hier kann ich durch Ja, danke, gut gemacht Zerstöre alles Oh, komm, komm Na, 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 na Nein, nicht treffen Nein Oh, oh Oh, nicht auf die Hand Doch nicht auf die Hand Egal, jetzt habe ich wieder diese Wecke frei Komm her Komm her Komm her Wumms Das war mal Nicht so leicht Ja, wir haben den Risikokometen jetzt hier geschafft Ja, finde ich schön Ja, finde ich schön Stern, komm her Ah, herrlich Ja, den Geheimstern, den kriegen wir in dieser Mission nicht Ach In diesem Part nicht mehr Dann beende ich den auch gleich Wenn die Results weg sind Und 45 Sterne Finde ich sehr schön Ähm, speichern Ja, gerne doch Wieso nicht Wir speichern hier gerne und oft und Ja, whatever Ähm, ja Also, ähm Das war euer Keanu Zurück mit Mario Ach, Galaxy Let's play Mario Galaxy Ähm, bis zum nächsten Mal Ciao